melde mich zum dienst dann bringen wir mal die schattenaxt wieder nach hause das ist doch die oder? ja, da ist sie ja soweit ich mich erinnere wir haben einen platz mehr guck mal, wir können uns noch einen was auch immer dazu holen was nehmen wir denn da? nö 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 dazu rock and roll baby ja, so läuft das jetzt hier hab's schon kapiert ah, hallo hab'n jetzt gerade Angst sie steckt ein bisschen langsam, ne? aber mein gott, zwei an die das ist schon legitim das ist schon legitim er war da wie ist sie denn? sehr schön und dann braucht sie wieder, das ist doch noch so geil ich freu mich immer noch voll ja, 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 ja polierte Knochen ich hab dir den Knochen polieren befreund ich hab dir den Knochen polieren befreund ich hab dir die Frage, ne? wenn die Axt die so aus Kurt irgendwo wind treibt ob das dann an und für sich so gut ist oder ob die dann nicht verstärken plötzlich na, das machen wir aber nicht viel, ne? so, jetzt schauen wir mal, ob wir denen da ausweichen irgendwie ich will jetzt nicht so viel Zeit mit so, ich hab' noch nicht mehr verstanden na, gott, mutter so sprechen und rass ja, das hört nicht auf ja, wie nur ja, wir scheinen uns da alle untereinander sehr einig zu sein yes, Berlin Kole, Kole, Kole na? kein Unterricht, lass du meine Halle Hallo hallo äh, jetzt höre ich doch mal die Knochen-Läuschen wieder dä-dä-dä-dä hehehehe ja, okay, okay warten wir noch so holen wir den hin ja, 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 naja, die Maus ist glaube ich mittlerweile zu schwach die hört echt nix mehr aus dann, äh, was haben wir denn noch so? wir haben noch ein paar was ist denn das? den Kole hm, ich werde euch beschützen ja, das war mal ja, 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 gut, okay, äh, Geno ist effektiv, sehr effektiv war ne gute Wahl war ne gute Wahl jetzt haben wir wahrscheinlich dieses Geknister von dem Ding im Hintergrund aber, da müssen wir durch hahaha, schön ja doch, sehr schön so, hier geht's raus haha, lästig äh hm, zu lange überlegt, aber ich möchte mal gucken, wo wir hin müssen ähm, 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 ähm und so ereilte den Baden sein unvermeidliches und sehr verdientes Schicksal ich bin mir grad nicht sicher, was das war aber es hat uns ganz schön eingedeckt Moment Moment ... 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 war ein bisschen merkwürdig gerade ich glaube ich wechsle mal noch mal die Waffe weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich auch wichtiger bin wenn ich mit den Bogen arbeiten kann, weil dann kann ich mich auch rechtzeitig anziehen hmm ... ... ... ... ... ... Das ist ein bisschen effektiver. So, wir versuchen es nochmal, dass die uns jetzt nicht erwischen, aber ich kann es nicht versprechen. So, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Was ist denn das hier eigentlich? War das das? Das war das, wo wir jetzt gerade waren, oder? Jo, okay, gut. Da müssen wir nicht hin, ganz eindeutig. Ja, das ist schon ein bisschen angenehmer hier. Diese Mistvieh hier, sind das? Die sind ja ganz, ganz besser. Die sind ja ganz, ganz besser. Sind sie da? Das war ja nur ein Angefahr. Okay, okay, okay. Wo ist denn der? Da ist er. Ach, okay. Nur wenn ich die Achse ausgewählt habe, bekomme ich einen Platz dazu. Kann ich das überlisten, das System? Warte mal. So. So. Na, wo wir warten. Ach schon, man kann das System ein bisschen überlisten. Wir haben jetzt mit der Schattenarzt einen vierten Kompanion dazu. Wir haben jetzt wieder zurück auf den Boden. Ich hab ja. Oh, Herausforderung, der die liegt. Na klar. So, da wollte man es ja nicht hin. So, da muss ich wieder um die NPCs. Ich muss sie zumal erwischen. Vorsicht, Leute. Vorsicht, Leute. Vorsicht, Leute, 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 Vorsicht, Leute. Hören wir das Geheimnis? Ja. Okay, da ist das Oxy wieder da hinten Ei, ei, ei Das haben wir ja gerade noch so überstanden Bisschen einsammeln Na, einer fehlt noch, ne? Ja, hallo Ist das zum Einsammeln? Und der letzte Compadere Was zeigt die denn aus? So, ist gut jetzt So, ist der Chef hier drin, oder? Ja, lebe Okay So, dann Ne, Dude heißt der, ne? Dude, so heiß ich Zeigt mir eure Schwerter und Keulen Wir haben alle möglichen Schwerter und Mh, danke Nein, danke Auf Wiedersehen So, war da was Nö Ich bin mir grad nicht mehr sicher, wo wir hinwissen Das ist ein bisschen blöd immer Ja Oh, das ist ganz klar Nö Oh, das ist ganz klar Das ist ganz klar Neer? Neer? Ich seh' euch, Warte! Machen wir die Ausnahme zurück? Ja, kann man das immer nicht merken? Brüder, tötet ihn! So, jetzt nochmal ordentlich. Gehen wir doch eh mal nochmal dazu. So, und dann... Bereit für den Kampf! Alter! Ich werde euch verraten. Guck, das war hier hoch, ne? Das ist schon mal gegangen. Der Typ, der labert, sag' du. Kaffee drehen, so besser. Faken drum, genau. Ne? Ne? Schon gehört! Ähm... Wo möchte denn hin, Bob? Hm... Ne. Mach witzig. Hm, ähm... Müssen wir dann wieder raus? Was? Was hat denn der jetzt geblockt? Hm, 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 hm... Wenn ich's doch nicht mehr weiß... Blöde... Doofe Sache das. Da ist der Brüder! Tötet ihn! Nein! Ich habe dir gerettet. Tun. Ich... Ich siehe euch, Barrett! Ja. Das war jetzt leider nur ein Fehler. Oh, ein Hinterhalt. Da ist der Brüder! Tötet ihn! Ach, so ein bisschen auch nicht die Axt. Das kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ganz und gar nicht. Oh, ein Buch! Hm, hm, hm... Ich kann auch noch mal auf die Karte zurück. Ich habe mich gerade keine Ahnung, wie ich hin muss. Ohne Scheiß. Was? Bei Zürger seid nicht raus. Es ist so lästig. Alle deine Brüder sind gefallen. Da ist der Brüder! Tötet ihn! Kann man ihn bewegen? Lass mich los. Ja. Ich bin nicht schnell gelaufen, als die Loot gefallen ist. Ich bin nicht schnell gelaufen, als die Loot gefallen ist. Jetzt kommt den rein. Und das. Ihr da! Was wollt ihr? Ihr seid doch... Ihr seid der Barde! Der Barde ist am Tor! Ruft die Brüder bei! Ich bin doch hier richtig, ich hätte jetzt nicht gedacht, wie hier ich bin, ne? Was sind denn die? Ja, ist ja gut jetzt, hallo? Ne, auf den Bolt. Okay, ich komme da nicht rein. Wer spraeit? Ist das jetzt so ein längerer Encounter, wo ich erst noch warten muss? Hm. Ich muss mal den Schauplatz ein bisschen verlagen, merke ich gerade. Das ist ein bisschen arg. Okay. 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 Ich bin da nicht rein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wartet hier. Ich werde hier warten, falls sie mich drauf... Seid vorsichtig. Zurück. Ich bin direkt hinter euch, Schätzchen. Zurück. Gut, ich halte euch den Rücken frei. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Hm, hm, hm. Ah. Nach Stromness und finden den Weg zum Inselturm zu gelangen. Na gut, dann machen wir das. Das heißt, wir sind hier definitiv noch falsch. Schade. Schade, schade, schade. Bisschen doof, aber nein. Ich müsste mal. Na halt auf zu blocken, ist lästig. Hör den, mein Schatten, Axt, Gitarre. Toch. Hm, hm. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Das Badenruf hat vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, hier unten, doch es ist ganz klar kein Bruss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn's schief geht, wenn's schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan. Gebracht hat es nichts, für ein Ding, wenn's schon tat. Und falls ihr es bisher echt auskönnt habt, dann gebt ihr euch Respekt. Und das ist ein Fakt und vielen Dank. Es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blütsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.